Ja, es ist mir eine große Freude, heute und auch die nächsten Tage bei euch zu sein. Herzlichen Dank an die Leiter der Gemeinde für die Einladung. Es ist schön, dass ich auf diese Weise auch die FEG München Mitte kennenlerne und nicht nur die Pastoren. Und wir sind Gott von Herzen dankbar für die Verbindung, die wir haben. Und ich bringe auch ganz, ganz herzliche Grüße aus der Arche mit, von den Gläubigen in Hamburg. Wir sind eins in Christus und das ist so schön und ermutigend, das zu erleben, auch hier diese Gemeinschaft mit euch. Wir nehmen unsere Bibel zur Hand und schlagen auf das Buch Nehemiah. Nehemiah und heute Abend wollen wir uns Kapitel 1 ansehen und die Überschrift über diese Predigt lautet Nehemiah, ein Mann mit großer Bürde. Der Text aus Nehemiah 1 lautet wie folgt. Dies ist die Geschichte Nehemiah des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislef im 20. Jahr, dass ich in Susann in der Königsburg war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Juda. Und ich erkundigte mich bei ihm über die Juden, die Entkommenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und über Jerusalem. Und sie sprachen zu mir, die Übriggebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach, Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten, Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete, Tag und Nacht für die Kinder Israels, deine Knechte, und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen und Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, in dem du sprachst, Wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen, kehrt ihr aber zu mir um und befolgt meine Gebote und tut sie, selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten, und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Amen. Nehemiah war Mundschenk des Königs, des persischen Königs. Achthatsxerxes erhielt sich gerade in Susann auf, der Winterresidenz der persischen Könige, als Besuch kam. Hanani, sein Bruder, und weitere Männer aus Judah kamen vorbei. Weil Nehemiah selber Jude war, interessierte er sich sehr für das, was in Jerusalem vor sich ging, die Stadt, die von ihm tausend Kilometer entfernt etwa lag. 140 Jahre vorher, also 586 vor Christus, wurde Jerusalem vom babylonischen König Nebukadnezar eingenommen und zerstört. Und wir wissen, in mehreren Deportationswellen wurden die Juden nach Babylon verschleppt. Viele Jahre später gab es einen Erlass von König Kyros, der es den Juden gestattete, nach Judäa zurückzukehren und den Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen. Auch Esra, im Buch Esra lesen wir davon, kehrte zurück und mit ihm wurde der Tempeldienst durch die Priester und Schriftgelehrten wieder aufgenommen. Es schien, dass ein Stück weit Leben in die Stadt zurückkam. Die siechende, da niederliegende Stadt wurde wieder mit Menschen erfüllt, die dort Gott anbeten wollten. Aber dennoch war längst noch nicht alles in Ordnung. Denn die dort relativ kleine Schar der Juden, die nun zurückgekehrt waren, lebten dort unter ständiger Bedrohung ihrer Feinde und ihrer Widersacher, denn sie hatten keine Stadtmauer. Nehemiah in Babylon wurde dort geboren. So wie andere Juden vor ihm, wie zum Beispiel Daniel oder auch Esther, die sogar persische Königin wurde, stieg auch Nehemiah am Königshof auf. Er war, wie wir im letzten Satz hörten, Mundschenk. Nun sagst du Mundschenk. Das ist ja nicht so was Tolles. Ein nicht so begehrenswerter Job. Aber wir müssen wissen, dass ein Mundschenk des Königs ein sehr hohes Amt war. Er kostete das, was dem König serviert wurde, weil dieser damit rechnen musste, dass Feinde ihm nach dem Leben trachteten und ihm Gift unter das Trinken mischte. Es war eine Aufgabe, bei der man das höchste Vertrauen des Königs hatte. Der Mundschenk kostete den Wein vor und hatte nur wenige andere, hatte nur mit wenigen anderen Zugang zum König. Er war also hochgeschätzt und der König vertraute ihm voll und ganz. Nun kommt diese Delegation und Nehemiah fragt, wie geht es, wie geht es zu Hause? Was macht Jerusalem? Die Antwort, Vers 3. Sie sprachen zu mir. Die Übriggebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. In diesem ersten Kapitel, so möchte ich es gliedern, sehen wir jetzt nun erstens Nehemiahs Bedrückung, zweitens Nehemiahs Trauer und drittens Nehemiahs Gebet. Diese Nachricht, erstens, bedrückte Nehemiah sehr. Er war zwar in Babylon aufgewachsen und niemals in Jerusalem gewesen und doch hatte er denselben Geist in sich, den die jüdischen Exilanten, die in Babylon verschleppt wurden, in sich trugen, als sie die Klage der Gefangenen zu Babel im Psalm 137 formulierten. Dort lesen wir, an den Strömen Babels saßen wir und weinten, wenn wir an Zion, an Jerusalem dachten. An den Weiden, die dort sind, hängten wir unsere Lauten auf, denn die, die uns dort gefangen hielten, forderten von uns, dass wir Lieder sängen und unsere Peiniger, dass wir fröhlich seien. Singt uns eins von den Zionsliedern. Wie sollten wir ein Lied des Herrn singen auf fremdem Boden? Und dann, vergesse ich dich, Jerusalem, so erlahme meine Rechte. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich nicht an dich denke, wenn ich Jerusalem nicht über meine höchste Freude setze. Die Liebe zu Jerusalem war tief in den Herzen der Gläubigen verankert. Es war nämlich nicht irgendeine Stadt. Es war die Stadt, die Gott auserwählt hat, um seinen Namen, wie es heißt, da selbst wohnen zu lassen. Es war der von Gott festgesetzte Ort und festgeschriebene Ort, an dem Israel ihn anbeten sollte. Im Tempel sollten Zeremonien durchgeführt werden, die Gegenwart Gottes gesucht und auch gefunden werden. Es war die Stadt, in dem sich das Volk Gottes an ihrem Herrn erfreuen sollte. In den Tagen Nehemias war es grundsätzlich notwendig, weil vom Himmel her vorgeschrieben, dass Gott in Jerusalem angebetet wurde. Das bedeutete, dass Jerusalem in einem Zustand sein musste, in dem Gott so geehrt werden konnte, wie es dem Allmächtigen gebührt. Aber das war absolut nicht der Fall. Es war nicht der Fall. Die Mauern waren nicht da. Die Stadt war in Teilen zerstört. Und deswegen waren die Leute in großem Unglück und in Schmach, weil die Tore mit Feuer verbrannt waren. Nun, es mag verwundern, warum Nehemiah wegen der zerstörten Stadtmauer ein so großes Aufhebens macht, aber ihm war klar, dass die Anbetung und Ehre Gottes auf dem Spiel stand. Das war das eine. Und das andere, wir haben heute zu Stadtmauern nicht denselben Bezug wie die Menschen damals, doch damals war sie wichtiger als eine Armee. Ohne Mauern lag eine Stadt in den Händen ihrer Belagerer und Plünderer. Eine Stadt ohne Mauer konnten ihre Angelegenheiten nicht regeln. Daher auch das Wort aus Sprüche wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern. So ist ein Mann, der seinen Geist nicht beherrschen kann. Solch ein Mann wird von jeder vorbeiziehenden Versuchung jedem äußeren Einfluss zerstört, weil er nichts zu seiner Verteidigung aufweisen kann. Und so ging es Jerusalem. Jerusalem war nicht in dem Stand, wie es hätte sein sollen, damit Gott angemessen angebetet wird. Und Jerusalem war in Gefahr durch die Feinde, die sie umlagerten. Und das bedrückte Nehemiah sehr. Dann sehen wir zweitens seine Trauer. Vers 4. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Ich finde es bemerkenswert, dass Nehemiah aufgrund dieser Nachricht ein so großes Trauerempfinden verspürte. Ich setzte mich hin, ich weinte, ich trug Leid, und das nicht nur für einen Moment, sondern etliche Tage. Es war ja kein persönlicher Verlust, der ihm bekannt gegeben wurde. Es war nicht eine Todesnachricht aus seiner engsten Familie, wo wir sofort verstanden hätten, klar, hier ist Trauer angesagt, so wie ich es jetzt am vergangenen Dienstag mit eigenen Augen gesehen habe, als wir den 14-jährigen Josef aus unserer Gemeinde zu Grabe getragen haben, aufgrund eines Tumors im Kopf. Und wenn du dann die Eltern am offenen Grab ihres 14-jährigen Jungens siehst, dann ist da Trauer und Leid. Sie sind aus Eritrea zu uns gekommen, gehören seit einigen Jahren zu unserer Gemeinde und sie trauern auf ihre eritreische Weise mit Wehklagen. Es geht hier durch und durch und du sagst, ja klar, da haben wir Grund zu trauern. Aber Nehemiah bekam nicht die Nachricht eines verstorbenen Kindes. Es war auch keine wirtschaftliche Not, kein Mangel, keine Entbehrung, die ihn bedrückte. Auch nicht ein Unfall oder Krankheit war der Auslöser seiner Last. Als ich diese Worte hörte, heißt Schieder, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte. Ich trug Trauer und ich trug Leid. Was waren das für Worte? Das waren die Worte seiner Brüder, die die Drangsal und das Elend beschrieben, in der sich die Gemeinde in Jerusalem befand. Seine Brüder waren in Not und Gefahr. Das sichere und luxuriöse Leben am Hof des Königs hat nicht seine Sinne vernebelt, sodass er nicht mehr wahrnahm, wie die Not seiner Mitgeschwister aussah. Nein, er erkannte, die Gemeinde war verwüstet. Solch eine Bürde, glaube ich, sollten auch wir für die Sache Gottes haben. Nichts ist wichtiger als der Zustand des Königreiches Gottes. Alle Gläubigen sollten eine Besorgnis für das Wohlergehen der Brüder und Schwestern und vor allem eine Besorgnis für die Anbetung Gottes in Jerusalem haben. In unserer neutestamentlichen Zeit findet diese Anbetung nicht mehr im physischen Tempel Jerusalem statt, sondern im neuen Bund und formt die Gemeinde, das Volk Gottes durch Christus den Tempel. Paulus schreibt in Epheser 2, wir sind Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wir haben keine postalische Adresse mehr. Christus ist unser Tempel und er baut uns ein in seinen heiligen Tempel. Die Gemeinde ist der Tempel Gottes. Es ist ein geistlicher Bau. Wir haben Zutritt zum Vater durch Jesus, unseren Hohen Priester. Nehemiah hatte eine schwere Bürde für die Anbetung Gottes in Jerusalem und heute ist der Ort der Anbetung nicht mehr eine Stadt, sondern die Gemeinde, die den Tempel formt. Deswegen die Frage, an uns heute Abend, welche Bürde hast du? Welche Bürde habe ich für die Sache Gottes? Welche Last tragen wir für die Gemeinde des Herrn? Wir feiern heute Reformationstag. Wir erinnern uns an die erwecklichen Zeiten. Die Reformationsbewegung hat unser Land heimgesucht. Wir denken in der Folge an Aufbrüche um zum Beispiel Nikolaus Graf von Zinsendorf herum, die sich im 18. Jahrhundert in Herrenhut in der Oberlausitz ereignete, die Erweckungen. Es war eine Erweckungs- und Missionsbewegung, die aus dieser Region hervorging. Und wenn du heute nach Görlitz, wir haben eine assoziierte Gemeinde in Görlitz, wenn ich denn da bin und ich schaue mir das an, ist nichts mehr. Oder wenig. Wir waren mit den Pastoren der Arche auf einer Klausur in Brecklum. Wer kennt Brecklum von euch? Oh, oh, der Hamburger meldet sich. Brecklum ist an der Nordseeküste, da oben in Nordfriesland. Da sind wir in einem Missionshaus der evangelischen Kirche gewesen, das ist ein Gästehaus. In den Fluren hängen historische Fotos mit der Geschichte der Brecklumer Mission. Es war damals ein lebendiges Missionszentrum, von dem aus viele, viele Missionare mit dem Evangelium und die Welt entsandt wurden. Hunderte Pastoren und Prediger wurden in Brecklum ausgebildet, das wusste ihr nicht, ich auch nicht, bis ich es sah. Da siehst du die Bilder, jetzt gehst du heute hin, dann werden da Kurse angeboten über das Gendern und es wird vegan nachhaltig gegessen. Das ist die Botschaft. Über die Jahrhunderte sind Erweckungsbewegungen auch in Deutschland vorhanden gewesen, aber heute sind die Kirchen in unserem Land leer. Ja, wir können sagen, die Mauern Jerusalems sind zerstört. Nehemiah hörte von der Zerstörung der heiligen Stadt. Die Sünde hatte triumphiert. Die Sünde des Unglaubens und der Unmoral, der Blasphemie, der Überheblichkeit, der Überrest litt, wurde verfolgt und angegriffen. Wo ist der Gott Elias, spotteten sie? Die Feinde. Wenn die Sache Gottes ermattet und dahin siegt, dann wird es Zeit, für aufrichtige Gotteskinder zu weinen und zu beten. Und so ist das Buch Nehemiah für uns eine Herausforderung. Wir sollten uns auch die Frage stellen, wie geht es unserem Land? Wie geht es unseren Landstrichen? Und ihr als FEG München Mitte, ich weiß, ihr tut das, indem ihr Gemeinden gründet und fördert und investiert und preist dem Herrn dafür. Es ist gut, wenn wir gemeinsam alle am selben Strang ziehen. Wie ist der Zustand der Gemeinden in unserem Land? Sind noch evangeliumszentrierte Gemeinden vorhanden? Sind sie den Lehren der Gnade hingegeben? Ist das Volk Gottes in den Städten entmutigt? Nehemiah hörte es und er trug Trauer. Das dritte, was er tat, war, dass er betete. Und es geschah Vers 4, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang, und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Manchmal verstecken wir uns hinter dem Gebet. In solchen Fällen wird Gebet zu einer Ausrede, obwohl Handeln angesagt ist. Wir werden Nehemiah noch öfter beten sehen, aber er war nicht einer, der nicht auch tätig wurde. Auch das werden wir in den folgenden Kapiteln sehen, wie er sich an die Arbeit macht und die Mauern wieder aufbaut. Und wir sehen, er war ein wirklicher Leiter und ein Organisationstalent. Aber jetzt, in dieser Situation, war alles, was er tun konnte, beten. Er wurde nicht kopflos aktiv. Er sattelte nicht sofort sein Pferd und ritt los. Dann wäre die Mission sofort beendet gewesen. Er war ja schließlich Sklave des Königs. Er konnte nicht einfach machen, was er wollte. Und sein Chef war es, der in einem Brief Jahre zuvor die Einstellung der Arbeiten in Jerusalem forderte, Esra 4, 23. Was konnte Nehemiah in dieser Situation tun? Kennst du das? Du stehst vor einem Problem und es ist wie eine Sackgasse festgefahren. Du kannst nicht aufs Pferd und losreiten, du kannst nicht deinen Chef überzeugen, dir sind die Hände gebunden, was machst du dann? Auch hier dürfen wir von Nehemiah lernen. Was konnte er tun? Beten, beten. Dabei sah er sein Gebet nicht als letzte Möglichkeit an, sondern als erste Möglichkeit. Er brachte seine schwere Last vor Gott. Nehemiah, du brauchst diese Last, dieses Leid nicht alleine tragen, sondern du kannst es bei dem lebendigen Gott abgeben. Das darf auch dir heute Abend gesagt sein, was auch deine Last sein mag. Du darfst sie bei Gott abgeben. Auch wir müssen die Bürde der Gemeinde Jesu nicht allein auf unseren Schultern tragen. Du bist vielleicht aktiv in der Gemeinde Mitarbeit, in einer Kleingruppe, im Seelsorgedienst, in der Arbeit mit den Teenagern, wo auch immer, die Last spürst du förmlich auf deinen Schultern und auf deiner Seele, weil Menschen in deiner Umgebung bedrückt sind, Nöte werden an dich herangetragen, du wirst mit ihnen konfrontiert, vielleicht ist es auch die Anbetung in deiner eigenen Familie, sie liegt wie eine Last auf deinem Herzen, du wünschst, dass deine Kinder Errettung finden, vielleicht auch deine Ehefrau oder deinen Ehemann zum Glauben an Jesus durchbrechen, deine Eltern, die nicht Nachfolger Christi sind, du stellst fest, dass die Mauern Jerusalems an vielen Stellen niedergerissen sind, auch in deiner persönlichen Umgebung, wenn es um geistliche Fragen geht, aber dann verzage nicht, sondern wir wollen dem Beispiel Nehemias folgen, ja, ein göttlicher Leiter packt an, so tat es auch Nehemiah, aber das Wichtigste kam für ihn zuerst, er betete. Im Gebet werfen wir unsere Bürde für die Sache Gottes auf jemanden, der wirklich in der Lage ist, die Last zu tragen. Wenn wir uns bereits besser fühlen, wenn wir unsere Sorgen einem Mitmenschen mitteilen, wie viel besser fühlen wir uns, wenn wir sie Gott darlegen. Denn er ist bereit, uns zu helfen und uns dort herauszuführen. Philippa 4, Vers 6 sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Sorgen Sorgen und Nöte und Bürden, die wir nicht abgeben, sondern an denen wir festhalten, erzeugen uns nichts Gutes, sie richten nur Schaden an. Erst wenn wir unseren Kummer vor Gott ausbreiten, kann gute Frucht entstehen. So haben wir es glaube ich alle schon erlebt, oder? Wie befreiend ist es doch, wenn wir unsere Not dem lebendigen Gott mitteilen können. Deswegen die Ermutigung an uns alle, lasst uns unser Gebetsleben kultivieren und pflegen. Was ist deine erste Reaktion auf eine Herausforderung in deinem Leben? Was ist deine erste Reaktion auf schlechte Nachrichten, die dich ereilen? Oder wie reagierst du zuallererst auf gute Nachrichten? Wir sollten beten. Gott das Anliegen bringen oder Gott den Dank bringen. Und hier in Kapitel 1 sehen wir wie Nehemiah es tut. Es ist ein Beispiel dafür, wie auch wir beten dürfen. Kurz einige Kennzeichen seines Gebetes, was wir hier jetzt gelesen haben. Zum ersten sehen wir, ist ein beharrliches Gebet. Er blieb geduldig im Gebet. Das wissen wir aufgrund des ersten Verses in Kapitel 1 und des ersten Verses in Kapitel 2. In Kapitel 1 heißt es, dass die Delegation aus Jerusalem zu ihm im Monat Kislev kam. Das ist in der Zeit von etwa November, Dezember. In Kapitel 2 erzählt er dem König von seinem Anliegen. Dies geschah im Monat Nisan, das ist in den Monaten März, April. Er betete also etwa fünf Monate offensichtlich regelmäßig für dieses Anliegen. Wir sind oft ungeduldig, oder? Fünf Monate, immer wieder dasselbe Gott bringen. Wir meinen, Gott müsste schnell antworten und wenn er nicht antwortet, werden wir nicht nur ungeduldig, manchmal sogar klagen wir ihn an. Aber hier sehen wir, wie Nehemiah beharrlich betet. Gottes Zeitplan ist nämlich ein anderer als unserer. Wir leben nach unserem irdischen, unserem endlichen Terminplan, Gott aber nach einem himmlischen und ewigen. Bei ihm sind ein Tag wie tausend Jahre, tausend Jahre wie ein Tag. Sein Zeitplan ist vollkommen. Er ist nie zu spät und auch nie zu früh. Alles geschieht nach seinem vollkommenen Ratschluss. der nur und immer das Beste für seine Kinder vorsieht. Amen. Amen. Nehemiah war diszipliniert in seinen Gebeten fünf Monate lang und während er das tat, ging er trotzdem zur Arbeit. Täglich. Nicht dass du denkst, ich muss als Eremit leben und verschwinden. Er gab nicht auf. Er vergaß bei seinen Pflichten nicht seine Brüder und Schwestern. Er vergaß Jerusalem nicht. Er trug es immer und immer wieder vor Gott, seinem Herrn. Sein Herz war dabei engagiert. Er hatte eine Vision von Gott auf das Herz gelegt bekommen und er flehte von Gott Hilfe und Antwort aus dieser für ihn ohnmächtigen Situation. Was soll ich tun, Herr? Erbarme du dich. Das eine ist also, es ist ein beharrliches Gebet. Das andere, was wir hier sehen, ist, dass an diesem Gebet Gott am Anfang und am Ende steht. Wie viele andere Gebete auch in der Bibel beginnt Nehemiah hier sein Gebet damit, dass er sagt, wer Gott ist. Ach Herr, du Gott des Himmels, so fängt er an. Ach Herr, du Gott des Himmels, das hilft auch dir, das hilft auch mir, es hilft unseren Anliegen, das rechte Licht zu rücken. Wenn wir uns daran erinnern, dass Gott Gott ist und dass Gott groß ist, dann wird der Umfang unserer Probleme durch die Größe und das Gewicht Gottes unweigerlich geringer. Denn um uns herum mag alles auseinander brechen, aber Gott bleibt derselbe von Ewigkeit bis in Ewigkeit. Er ist der Gott des Himmels, er ist der Gott der Erde, er ist der Gott des Universums, er ist größer als das, was dich bedrückt. Dieser Ausdruck wird von Nehemiah an mehreren Stellen wiederholt. Gott des Himmels in Nehemiah 2, Vers 4, in Kapitel 2, Vers 20, auch Jesus hat uns so gelehrt zu beten, Vater unser im Himmel, du Gott des Himmels. Sein Gebet beginnt mit Gott und es endet mit Gott in Vers 11, ach Herr, damit endet er, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die gewillt sind, deinen Namen zu fürchten. Gott war Anfang und Gott war Ende seines Gebetes. Das hilft uns, unsere Nöte in die richtige Proportion zu bringen. Dann sehen wir in seinem Gebet auch die Komponente der Buße. Vers 6, lass doch deine Ohren aufmerksam und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete, Tag und Nacht für die Kinder Israels deine Knechte und in Jerusalem war und als Nebukadnezar die Stadt einnahm, er noch gar nicht am Leben war, verbindet er sich doch mit seinem Volk so sehr, als hätte er mit ihnen gesündigt. Er weiß um seine eigenen Verfehlungen, das dürfen wir nicht aus Acht lassen, denn er betet auch ich an das Haus meines Vaters haben gesündigt. Und dann wird er auch spezifisch mit seiner Schuld. Er betet weiter, wir haben sehr verwerflich die Satzungen und Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Israel hatte das Wort Gottes und es hat es doch verworfen und es nicht gehorcht. Und hier sehen wir den wahren Grund der Tragödie. Sicherlich haben einige den Königen Babylons die Schuld in die Schuhe geschoben. Auch der amtierende König hatte die Arbeiten an der Mauer stoppen lassen. Aber der wahre Grund für das Desaster waren die Sünden des Volkes. Sie waren die Ursache des Problems. Wenn die Sünde die Ursache war, dann war das geeignete Heilmittel Buße und Umkehr. Vers 9 Kehrt ihr aber zu mir um und befolgt meine Gebote und tut sie, selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Was wir lernen hier ist, auch Buße ist nötig. Wir wollen Segen, aber nicht der Sünde den Rücken kehren. Wir wollen Gnade, aber keine Heiligung. Nähe mir Verstand, dass es ohne echte Buße und Umkehr keine Vergebung gibt. Und dann vierter Aspekt seines Gebetes ist, dass er Gott an den Bund erinnert, den er mit ihnen geschlossen hat. Vers 8 Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast. Denke an die Verheißungen die du deinem Volk gabst. Er erinnert den Herrn, dass Israel sein Knecht und sein Volk ist, die der Herr erlöst hat. Vers 10, sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk. Du hast ihnen doch Verheißungen gegeben. Es ist, als wenn er sagen will, nun kannst du sie doch nicht aufgeben. Du kannst doch nicht dein eigenes Wort verleugnen. Herr, gedenke daran, was du ihnen verheißen hast. Und genau so dürfen wir auch Gott erinnern und Hoffnung haben für sein Werk in unserem Land, für die Gemeinde Jesu weltweit. Denn auch wir haben eine Verheißung, an die wir uns klammern dürfen, an der wir festhalten dürfen, die da lautet, Jesus hat sie selbst gesagt, er hat was zu Peter gesagt, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Deswegen können auch wir zuversichtlich vor dem Thron Gottes kommen. Wir können unser Land dem Herrn bringen und sagen, Herr, da ist eine Verheißung. Du hast gesagt, deine Gemeinde wird nicht untergehen und wenn Kirchen untergehen, wirst du neue Gemeinden entstehen lassen. Es geht ja nicht um eine Organisation, sondern um dein geistliches Haus, was du baust. Und so appelliert Nehemiah zum Schluss an die Barmherzigkeit Gottes. Vers 11, Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann, vor dem König. Wie die Sache ausgeht, war dem Nehemiah zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht klar. Alles was und hörte und hörte Schreien. Er zog mich aus der grausigen Grube aus lauter Schmutz und Schlamm und stellte meine Füße auf ein Fels, das ich sicher treten kann. Ich wünsche dir in diesen Tagen ich wünsche uns in diesen Tagen eine neue Last für das Haus Gottes das neue Jerusalem die Gemeinde Jesu. Ich wünsche dass wir beten Herr erwecke Menschen und Gemeinden und Pastoren in unserem Land dass die Mauern wieder aufgebaut werden der Tempel errichtet wird und du wieder neu wohnst unter dem Volk dem auch wir hier zu gehören dürfen ich wünsche dir ich wünsche mir dass wir unsere Lasten dem Herrn bringen was auch dich immer noch so bedrücken mag in diesen Tagen bring es dem Herrn harre auf ihn er sieht dich er vergisst dich nicht und er wird dir antworten möge der Herr uns dazu helfen Amen Amen